seither siehst gegrüßt meine lieben brüder und schwestern zu 32 doppelgänger doppelgänger nähere dich dem eingang zu den blogs und wenn mich alles täuscht war hier im check jetzt kommt er wieder war hier ein checkpoint jetzt kommt der zu mir war hier ein checkpoint da da vorne hier also ich bin jetzt hier schon reingebatschelt darunter ich bin von da oben runter gekommen da an den typen vorbei da in die hülle rein und jetzt müssen wir da oben geht es nicht weiter ich habe gerade nachgeschaut oder kommen wir da oben da oben geht es da oben ja wir müssen da und da aber da oben geht nichts weiter weil da wieder so verdächtige dinge sind wollte hatte ich kann darauf hatte ich muss oder muss ich mich hier verstecken hatte sie ist ja oder da oben geht aber nichts weiter man kann da zwar runterschauen aber nicht durchgehen oder so und da oben da ist aber noch mal liane da kommen aber nicht drauf nee das ist nur ziele da auch nix geld nie okay also muss ich jetzt warte also muss ich jetzt da sieht er mich nicht oder ich müsste ihn daher locken und dann an ihm vorbei oder worte und dann habe ich aber den nächsten kollegen da war man und da hinten da hinten komme ich nicht jetzt kommen oder als kommen wir wieder oder hoch weg weg also ich muss mich da rein locken oder worte und den dahin locken dass er danach schauen und da muss ich darf er da hinten oben weiter schleichen hinter den an der da hockt oder ja das ist ein wahnsinnig geschickt ist da kommen jetzt kommt dann ja auch entweder jetzt hier nach schaut worte dann muss ich da weiter watscheln ja auch oder bleibt er jetzt da unten und bleibt es so und ich muss dann da muss ich dahin watscheln wo die leichen liegen oder der schaut aber darauf oder das ist so das ist so fies hier bleibt er jetzt so und da bleibt es so und ich muss auch kommen wo sie sind da oben kommen da wieder ach komm jetzt kommt jetzt kommen da wieder jetzt muss ich ihn da rüber lenken oder kommen wir gecheckt oder oder worte hier bin ich untersichtbar jetzt tue ich dahin worte jetzt kommen wir dahin oder da bin ich unsichtbar oder jetzt muss man da hin locken und jetzt muss ich darauf weiter watscheln und dann bleibt jetzt bleibt jetzt so genau mit arbeit da watscheln wo kommt auch ein zieht mich einer aha jetzt bin ich zwei mit dabei als kann ich da rein matscheln und ich bin dadurch aha aha das ist aufregend ich kann gleich nicht mehr und jetzt suchen sie jetzt sind einfach einfach weiter oder also okay wir haben es geschafft tatsächlich jetzt muss man da weiter da sind alle jetzt hier und näher und wo muss ich hin da war ich doch gott oder da jetzt rechts runter quasi oder an denen vorbei da hinten ist ein medipack ja das nutzt mir alles nix ach komm jetzt muss ich an dem vorbei da ist ein eingang warte da ist ein höhlen eingang da ja genau wie soll ich an dem jetzt vorbei und ich kann ihn nicht umhauen warum muss ich auch immer wetter da ist noch ein ding ich muss im kreis gehen und jetzt bin ich bin ich blöd bin ich blöd wäre dicht im eingang zu ich mag nicht mehr wo sollen das sein da war ich doch schon da ist ich kann nicht mehr da bin ich blöd da war ich doch gerade da war ich doch gerade ich kann nicht mehr jetzt kommt der ich kann nicht mehr da ist das drecks ding da da bin ich blöd da das ist ich kann nicht da geht es da rein oder wie ist da ein eingang um es geht ich kann nicht mehr da bin ich runtergekommen da muss ich rein oder wie sagt mit ich muss einen besseren weg finden da muss ich rein ja das hat schon gestimmt da hinten rum irgendwie oder da muss da hinten rum warte ja wie soll ich jetzt da weiter freunde da an denen komme ich doch nie vorbei jetzt sieht mich der an den komme ich doch nie ich muss da ich muss da da in die zu der kiste hin oder wie die kiste blinkt da muss ich hin da stehen aber 10.000 leute finde ich finde ein alternativen ich kann jetzt immer morgen zimmer und der was macht der alten leiche bündern schöne muschel ich glaube es nicht ich muss ist es jetzt nur das ist nur eine beutekiste und umhauen kann ich da niemanden oder ich habe keine aber da stehen 10.000 leute das ist das nicht die insel mit den atombombentests das kommt dann nirgends durch freunde take down kann ich auch keine machen ich habe keine waffe keinen tag die sollen da durchkommen ich mag nicht mehr da muss da hinten muss ich rein da hinten irgendwie oder man dafür verdiene ich nicht genug ich kann nicht mehr der sieht mich nicht der auch nicht der sieht mich jetzt ich kann nicht mehr ach komm der sieht mich nächste woche schicke ich etwas geld nach hause ich muss da wieder einen stein werfen was gehen die alle die sie mich nicht was gehen die der sieht mich gleich wenn die jetzt einfach alle weg gehen würden die oben sehe mich jetzt nimmer der sieht mich gleich der sieht mich gleich der oben sieht mich nimmer halten kistig blühen ok es kommt der wieder wie soll in der kunde bitte ich kann nicht mehr da muss ich rein jetzt komme ich an dem vorbei oder worte jetzt gehe ich einfach da rein dann check point wir haben check point ich habe ein checkpoint und bin 2 mit dabei da alles bin ich unten abkommen und jetzt muss ich dahin ich kann nicht mehr sieht mich der jetzt muss ich schwimmen oder die muss da hinten hin tauchen tauchen muss da unten dahin tauchen oder checkpoint worte falsch verdrückt jetzt auch ich doch da und darüber oder da kommen jetzt da mal dahin jetzt sieht mich einer da rein ich bin nicht tot da ist alles so jetzt ist da wo muss ich jetzt schon wieder hin klettere auf holz schiff aha doch doch wollte eliminiere lautlos einen rekruten wo ist ein rekrut da ist er das ist er also takedown jetzt oder takedown falsch gilt jetzt haben wir jetzt habe ich es auch krumm aaaah gilliganz insel ne bin ich blöd gilliganz imsel sam ich bin so weit hier steht der typ heißt foster also wie soll ich mich verhalten foster denk dran sei leichtgläubig du musst die eigene lüge glauben damit es klappt ok söldneruniform was soll es jetzt du trägst nun eine söldneruniform die söldner werden nicht angreifen solange du sie nicht promovierst ok gestattet dem söldner offizier den ausweis zu scannen und habe ich jetzt keine waffe und nix oder nee dann lassen wir das mal gestattet dem söldner offizier dann habe ich keine ich habe wieder mal nix hier muss ich jetzt da was nehmen sonst ist da nichts wieder am start doch da war irgendwas da ist doch irgendwas überhaupt nicht mehr warte entschuldige ne gut also jetzt wissen wir da vorne rum oder und da ist nix oder das lassen wir mal oder und dann gehe ich jetzt darüber oder also jetzt kann ich da hingehen ach du schande ach du schande mhm ich kann gleich hin mhm Hilfe alles gut foster foster brauchst du irgendwie kohle ja warum bin ich sonst hier ein boss von hier namens was ist umgebracht worden ah sein reich liegt offen da seine jungs machen ein schweinegeld das können wir auch das ist mit heute heute hat andere probleme das ist hier im kalten buffet das beste ist schnell weg wir sollten uns bedienen oder aber absolut aber hallo okay hör dir die rede an hey wenn du irgendwen von diesem gespräch erzählst bist du tot na gut okay was müssen wir jetzt machen achso da da dem zuhören kann man da jetzt noch was nehmen das nehmen wir jetzt noch rum da habe ich das nehmen ok ok jetzt müssen wir da zuhören oder warte dahin gehen oder warte da hin gehen beng so jetzt kommt der oder wo war ja ah meine rotbäckigen neuen rekruten oh ich werde nicht lügen wir sind wegen der kohle hier aber es ist das glück meiner männer das mich morgens aufstehen lässt mhm mein vater er ruhe in frieden war diamantensucher musste immer bei tagesanbruch raus brauchte eine zigarette und dann verschwand er in der erde für diesen wundervollen hoch da ist er noch klopft einer mit derselben ehrfurcht behandle ich mein geschäft hier und von euch erwarte ich das auch wieder geld zu hause es gibt nur drei firmen regeln die befolgt werden müssen 1 2 und 3 1 2 und 3 achso es schützt mein produkt ah ach ach da hockt einer drin alle gewinne gehören mir ok ich bin ein netter chef das ist der pausenraum haha naja ok hoppla das ist der pausenraum von your pretty face is going to hell kennst die serie das ist der pausenraum gut na gut na gut ja komm es ist der illusion was man hier sieht ok ja quatsch nicht lang schrankt sie in die weißen ok ff hast vergessen ach das bin ich für weia gut dann bleiben wir jetzt noch besser getarnt hoppla da ist einer äh stoße zu ihrem verlasse den cenote mit dem boot ähm äh äh davon haben wir da jetzt nichts mehr dann schlafe ich wieder in meinem eigenen ich muss jetzt zurück schwimmen warte wo geht es denn da zurück verlasse den cenote wer auch immer mit dem boot geht es da vorne weiter oder wo wir werden es gell wissen oder warte da oh da ist zeug oh hab ich jetzt waffen ich hab gar nichts achso ich brauch auch nichts oder aber aber ding da das kann man eben oder da sind da sind höhleneingänge nee warte auf der karte nee ok äh äh da rum oder da irgendwie aha wahnsinn da schau her jetzt kann ich aber alles nehmen oder warte darf ich das schon oder dass wir coole coole haben wahnsinn da ist coole komm her hoppla ja ich darf bloß keinen angreifen oder schau schau jetzt sind wir wieder da oder warte boot da ist der boot genau und da drüben äh da sind wir runter gekommen gekämpft und naja gut jetzt gehen wir mal raus oder komm was liegt da noch coole coole abgreifen äh und jetzt gehen wir raus oder gut genau äh ich sehe nichts oder kaum kaum was gut So, raus. So, jetzt sind wir draußen. Ich glaube, wenn ich die umlege, wird folgt mir Vertrauen. Ah ja, eine Dresdner Rochade. Die beste Wahl. Noch schneller wäre es gewesen, Jason Brody zu töten. Aber das fällt ja wohl aus, was? Ich habe die Verräter von drinnen überwacht. Sie haben drei Hauptblätter und einer hat vielleicht eine Personalliste mit allen Beteiligten bei sich. Töte sie. Besorg die Liste. Und ich werde heute wissen lassen, was für ein guter Soldat du bist. Wo ist Ihre Basis? In einem alten Tempel. Ich gebe dir die Koordinaten. Aha, drei Decker. Oh nee. Äh, gehe zum alten Tempel. Gehe. Ich habe keine Karte und nix hier. Gut, jetzt können wir aussteigen, oder? Wo bin ich denn? Südinsel. Was für eine dämliche Südinsel. Jetzt bin ich da oben. Was soll ich denn da? Äh, da unten. Wo ist jetzt die dämliche Südinsel? Da kennt sie. Ah, oh nee. Schnellreihe. Das ist das Süden. Wo ist denn bei den Südinsel? Ach, das ist das ganze Ding. Das ganze Ding ist die Südinsel, oder? Ich weiß gar nicht. Gehe zum alten Tempel. Äh, speichern. Kann ich jetzt speichern? Na ja, speichern. Gut. Ähm, kann ich da hinfahren mit dem Boot, oder wie? Oder was muss ich denn jetzt machen? Nee, da brauchen wir die Schnellreise, oder? Weil ich habe keine Karte, Freunde. Und nee, das ist... Kann ich da jetzt nicht außenrum fahren, oder so? Wobei, ja. Jetzt gehe ich da mal an Land, oder? Gehen wir mal... Gehen wir mal an Land hier. Komm, da blinkt alles. So, komm rein da. So, und jetzt bin ich... Was ist denn das denn? Sauerklee. Ähm, jetzt bin ich... Bin ich, bin ich, bin ich. Ich darf kein Ding erwecken hier, oder wie? Warte. Äh, kein Aufsehen. Äh, oder wie? Wo kommt? Das muss ich da hinten hin. Ähm, gehe zum alten Tempel. Das kriegen wir hin. Ist da jetzt noch was abzugreifen? Ich sehe nämlich nichts. Hier ist im Wesentlichen nichts mehr. Na gut. Okay, dann... Müssen wir da hin. Mit Schnellreise. Ja, ja, ich weiß schon, was passiert. Äh, das... Das kommt wohl nicht. Sind die jetzt böse? Weiß keiner. Aber ich bin doch jetzt auch ein Söldner. Oder so. Also gut, jetzt reisen wir da hin. Äh, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Gehen wir mal da hin. Funkturm erobern. Könnt, kann ich dann... Dann könnte ich doch ein Funkturm auch machen. Jetzt warte, jetzt gehen wir da hin. Äh, Schnellreise. So, jetzt könnte ich doch aber den Funkturm. Jetzt bin ich doch ein Söldner, oder? Äh, und now. Ach, das Spiel... Jetzt werden mich aber die anderen töten dann, oder? Das ist ein Golf 2. Hehe, praktisch. Also, fast. Äh... Äh, Freunde, jetzt kann ich doch aber einen Funkturm erobern. Äh, also. Easy. Wo ist einer? Da vorne. Kann ich den jetzt machen? Ne, wo... Jetzt ist er weg. Wo ist der Funkturm? Äh, jetzt gehen wir mal da hin. Komm. Wo ist er? Ich seh' nix da. Geh' zum alten Tats. Gehen wir da hin. Jetzt müssen wir aber Tiere können mich fressen, oder? Hm, hm. Wobei, ja, das ist da oben am Berg. Aha, da muss ich rein. Da ist schon gelb. Äh, wie lange fliegen schon? Oh, wir haben noch vier Minuten. Oh, oh. Äh, schaffen wir das? Komm. Ich muss da rein. Töte heimlich. Was? Töte heimlich, um unbemerkt zu bleiben. Ja, muss ich einen töten? Sölden ergreifen dich nur an, wenn du sie provozierst. Töte heimlich. Muss ich heimlich töten? Töte heimlich. Das ist zum... Scheiße, Scheiße. Äh, zum... Da muss ich hin. Ich muss doch aber niemanden. Ich bin doch jetzt ein Söldner. Gehe zum alten Tempel. Das sind... Töte... Hä? Töte drei Wips heimlich. Und durchsuche sie nach... Ach, komm. Heimlich. Äh, äh. Äh, entschuldige. Okay, Freunde. Jetzt machen wir Pause, oder? Jetzt kommen aber böse Tiere. Höfe... Höfe... Ach, da drin hockt einer, oder? Habe ich eine Kamera? Töte drei Wips heimlich. Töte drei... Ja, Freunde, ich schau... Äh, den müssen wir töten. Heimlich. Ach so, und sonst greifen mich die anderen an. Freunde, da machen wir hier jetzt mal Pause. Ich geh jetzt mal ein bisschen raus hier. Prima. Ja, und dann machen wir Pause und geh nach Hause. Und ich kann da nichts abgreifen, oder wie. Komm her. Okay, dann machen wir jetzt Pause. Okay, tschüss, bis gleich. Also, ich schalte jetzt gleich wieder an.